Weiter geht's bei Manalords und in der heutigen Folge haben wir etwas ganz, ganz Entscheidendes und Wichtiges zu tun. Zwei Dinge, wir wollen heute eine weitere Region besiedeln und uns angucken, wie das mit dem Siedeln funktioniert, was wir dafür brauchen. Und Punkt Nummer zwei, wir wollen uns noch so ein ganz bisschen ums Micromanagement kümmern und vielleicht in der heutigen Folge, wahrscheinlich eher in der nächsten, dann die drei Hausbaustufen zeigen. So, aber zum Thema Micromanagement, was meine ich damit? Grundsätzlich haben wir ja in dieser Situation hier, und das haben ja viele auch von euch, eine Situation, wo wir keine Gerste haben. Das heißt, wir können immer nur so minimale Mengen Gerste importieren und dann erreichen wir aber auch irgendwie nie diese Hausbaustufe drei. So, das, was man mit Micromanagement machen kann, ist, das ist natürlich ein bisschen fies, aber die Leute zu veräppeln. Du kannst dir das vorstellen, du gehst mit einem großen Kiste Bier zu den Personen hin und sagst ihnen, hey, hier hast du ein Bier, wollen wir mal dein Haus ein bisschen ausbauen, dass du ein tolleres Haus hast, ein größeres Haus, vielleicht sogar einen Keller und so weiter und so fort. Also alles toller, größer, schöner und danach kriegst du dann auch das Bier, darfst du das Bier trinken. Ja, dann trinkt er einen Schluck Bier, nimmst den Rest wieder weg und dann baust du das Haus aus und dann kommt er danach zu dir und sagt, hey, geil, wo ist denn jetzt mein Bier? Ja, ist alles leer, das haben jetzt deine Nachbarn getrunken, tut mir leid, also musst du im halben Jahr wiederkommen, dann kriegst du vielleicht auch mal ein Bier. Ja, das ist so die Situation, die ihr mit dem Micromanagement erreichen könnt und das ist natürlich auf der einen Seite doof und auf der anderen Seite noch viel dooferer, denn das wird hier vorne die Zufriedenheit senken, weil ihr viele Stufe 3 Häuser habt, die ihr durch diesen Trick habt updaten lassen. Ihr habt also kurzzeitig Bier, drückt schnell auf Update, weil ihr dann zufälligerweise auch 25 Gold in der Kammer habt und das wird aber dafür sorgen, dass allgemein die Zufriedenheit ein bisschen sinkt und ihr müsst halt dafür sorgen, dass sie nicht zu stark sinkt und so eine Balance finden zwischen ich habe ein bisschen Bier und gebe ihnen ein bisschen etwas und ich habe kein Bier. Ja, dieser Balance muss man finden, das funktioniert tatsächlich ganz gut und dann kann man seine Stadt zu einem Punkt ausbauen, wo du so viel Geld verdienst, dass du dauerhaft genug Gerste importierst und Bier kein Problem mehr ist. Das ist zumindest die aktuelle Mechanik. Also es funktioniert und das ist halt auch der Trick, den wir hier benutzen werden, um diese Häuser hier weiter auszubauen und da müssen wir durchaus mal ein bisschen gucken. So, ansonsten ist Micromanagement in meinen Augen in dem Spiel halt einfach wichtig, dass wir genügend Leute haben. So, jetzt nächstes Thema. Ich bin übrigens tatsächlich immer noch in der Pause, weil wir wichtige Sachen zu tun haben. Er kam ja beim letzten Mal schon mit einer Armee. Und das Problem ist, der Gelbe, also der gute Hildebold von Berneute, wird sich mit Sicherheit Waldbrand und danach Immenreuth sichern. Das heißt, wir müssen jetzt hinmachen mit dem Besiedeln. Das bedeutet aber auch, dass wir zwei Dinge erfüllt haben müssen. Wir brauchen zum einen, wenn ihr auf so eine Region klickt, 1000 Einfluss und hier auch 1000 Einfluss, sehe ich im Moment nicht als das Problem an. Wir haben 89, also wir haben 980 und ich hatte ja beim letzten Mal das Thema Herrenhaus erklärt in einer der letzten Folgen. Da haben wir auch hier so ein bisschen die Futerei, den Zehnt angemacht. Wir können das für den nächsten Monat mal auf 10% erhöhen, dass wir hier 50 von unserem Essen abgeben. Wir haben ja genug, das ist ja nicht das Problem. Und also 10% abgeben, dann gehen wir 50 Essen ab anstatt 25, dann kriegen wir ein bisschen mehr Einfluss und dann sollte das im nächsten Monat im Februar, im Januar auf jeden Fall passen. So, also das Thema ist schon mal in meinen Augen safe. Was brauchen wir noch? Noch brauchen wir, um so eine Region zu besiedeln. Also erstmal müssen wir sie beanspruchen, aber wenn ich sie beansprucht habe, möchte ich sie auch direkt besiedeln, damit wir keine weitere Zeit verlieren. Ich sehe da auch kein Problem im Sommer oder im Winter das zu besiedeln. Ich meine, wir haben es bei Nerdtime auch gemacht, von daher ist das in meinen Augen kein Problem. Wir müssen gucken, welches der beiden dann frei ist. Mein Favorit wäre Waldbrand. Ich hoffe, das kriegen wir. Nun habe ich aber noch mal ein bisschen rumgeschaut und habe hier noch ein paar Banditenlager gesehen, die bereits erfolgreich, zum Beispiel dieses hier und dieses hier, das bereits erfolgreich von der KI geräumt wurde. Das ist extrem cool. Das bedeutet nämlich, wir können das noch mal so machen, dass wir unsere Truppen, die lassen wir mal, wir müssen die schon hier sammeln. Einmal da sammeln. So, das wird jetzt bedeuten, dass wir natürlich Produktionsprobleme kriegen werden und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Es wird jetzt zu Problemen führen, aber wir brauchen einfach das Geld. Wir machen es mal ein bisschen schneller. Ihr seht, unsere Leute sammeln sich jetzt hier und wir werden die erstmal sammeln lassen und dann machen wir hier weiter. Was wir ebenfalls noch als ganz wichtig haben, wir können das auch ruhig weiterlaufen lassen, die brauchen eine Zeit. Wir müssen noch eine Familie hier reinpacken, denn wir haben keine oder nicht genügend Leute hier im, na, wie heißt es? Wir haben nicht genügend Leute, die sich um das Bestatten kümmern, ja. Übrigens, hier seht ihr mal, was die Leute gerade rumgetragen haben. Ein Speer, Holz, Leder, Fleisch, ne, das ist das, was die gerade rumgetragen haben und das ist Gerste. Genau, das kommt jetzt hier gerade ins Hauptlager rein. So, erstmal in der Brennholzhütte wollen wir die beiden mal raus machen. Wir lassen die mal kurz draußen und dann machen wir die hier wieder rein. Mit viel Glück werden die dann hier auch nicht mehr aktiv sein und die Brennholzhütten hier auch nicht. So, also das ist Thema Nummer eins. Dann werden wir mit euch auf direkten Wege bitte dahin gehen. Jetzt sehen wir schon eine Armee des Herrschers. Wieso? Nein, das ist ein S-Punkt. Unglaublich. Jetzt holt er sich direkt die nächste Region. Also wie gesagt, wenn wir das in dieser Folge nicht schaffen, dort aktiv zu werden, ich glaube, dann können wir eine weitere Expansion hier direkt uns abschminken. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. So, der Arbeitsspeicher ist leer. Ja, wir können dich tatsächlich aus der Sammlerhütte rausziehen. Das macht im Moment keinen Sinn. Und dich lieber in die Kirche packen. So, alles klar. Hier vorne ist keiner drin. Im Bauernhaus sind zwei drin. Die arbeiten hoffentlich auch. Steinmetzlager brauchen wir auch nicht. Dann werden wir jetzt mal dieses Thema hier verfolgen. Denn das ist momentan von allergrößter Dringlichkeit. Wir müssen vor allen Dingen auch Ihnen hier zuvorkommen. Und dann gibt es übrigens noch ein weiteres Lager. Hier unten. Und das ist auch leer. Das ist auch keiner. Und wenn wir uns die beiden holen, haben wir hoffentlich genügend. Hier ist... Ah, da ist ein Lager mit Fritzen. So, einmal schnell die Pause. Wir nehmen das natürlich in meine Schatzkammer. 321. Das ist natürlich nicht viel. Ähm... Ja. Ich würde gerne einmal dahin auf 350 kommen. Das ist wichtig. Ah, ne Quatsch. Auf 500 kommen. 320. Ah, 180. Pass mal auf. Dann werden wir... Wir lassen die mal weiterlaufen. Dann werden wir beim Herrenhaus auch nochmal die Steuern auf... Jetzt für den Monatsübergang auf 20% erhöhen. Das wird die extrem unglücklich machen. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal. Wir brauchen hier 350 Thaler und 1000 Einfluss, damit wir das hier holen können. Und ich möchte damit so schnell es geht starten. Denn wir haben natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten hier in unserer Region. Wir müssen auch weiter Materialien produzieren. Wir haben mittlerweile genug Leute. Wir haben mittlerweile 60 Leute. Wir können hier zwei Trupps ausbilden. Und das will ich in der nächsten Stadt auch machen. Da werden wir schon mal sechs Trupps. Dann hören wir uns die Söldner noch dazu. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Trupps meine ich... Meine ich die hier unten. Also wir haben einen Trupp. Und ihr seht, hier oben... Wir haben viel zu viele Leute. Also das ist überhaupt kein Problem. Wir können hier mittlerweile fast zwei Trupps uns holen. Dann gibt es einen zweiten... Eine zweite Region. Da machen wir das Gleiche. Dann, wenn wir Glück haben und auf 150 Leute kommen, dann machen wir noch einen Sperr. Dann machen wir noch einen Bogenschützen dazu. Dann haben wir zwei Bogenschützen, zwei Sperrkämpfer oder vier Sperrkämpfer. Und dann sollte das klappen. Dann sind wir hier eigentlich gut unterwegs. So, weiter geht's. Da müssen wir jetzt wirklich Hackengas geben, dass wir das kriegen. Unser Dorf an sich läuft jetzt erstmal. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wir haben genug Essen. Wir haben genug Brennholz. Wir haben Tiere. Hier wird gehandelt. Wir haben jetzt ein bisschen Gerste. Wir haben 13 Gold. Was wir machen könnten, wäre nochmal... Eine neue Familie ist eingezogen. Das ist super. Wir könnten nochmal gucken, dass wir hier... Ah, die haben die Bedürfnisse hier nicht erfüllt. Ach, das ist natürlich... Ja, ja, das ist eine Folge übrigens. Das ist übrigens eine Folge von dem Thema, was ich gerade angesprochen habe. Ich meine, hier laufen ein nennenswerter Anteil unserer Arbeitskräfte rum. Aber es ist klar, dass wir das nicht erfüllen können im Moment, ne? Gott, gib uns genug Geld. Gib uns genug Geld für die 500. Ich habe keinen Bock, noch einen Monat länger zu warten. Und? Hab ich meine Schatzkammer damit? Nein! Das kann nicht wahr sein, ey. 80 kriegen wir doch niemals zusammen. Tja, ist die große Frage. Hat er das... Wir schicken unsere Truppen schon mal hier hin. In der Hoffnung, dass die das Lager nicht mitnehmen. Wir brauchen das Lager. Das ist von entscheidender Wichtigkeit, dass wir das jetzt kriegen. So, dann können wir schon mal schnell weiterlaufen lassen. Und wir haben jetzt übrigens auch die Meldung, Bewohner müssen auf dem heiligen Boden der Kirche beerdigt werden. Ja, das ist die Schlacht, die es hier gab. Du verarschst mich doch jetzt. Im Ernst jetzt? So. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist übrigens... Kein Witz, das ist übrigens tatsächlich ein Bug, der behoben wird. Dass Hildebold von Berente hier zu viele Truppen oder zu viele Regionen beansprucht. Ist kein Witz, dass es tatsächlich ein Bug, der behoben wird. Der nächsten Version. Ich fass es nicht, ey. Ich fass es nicht. So, wir ziehen da oben hin. Hat er das Lager abgeräumt? Er hat's abgeräumt, ne? Mist, verdammte Angst. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann gehen wir da hin. Lösen unsere Truppen auf. Und dann werden wir zumindest dort wieder was machen. Und dann müssen wir jetzt leider 20% erstmal von unseren Leuten an Steuern nehmen. Warum? Das zeige ich... Ja, ja, der geht weg. Das ist jetzt erstmal kein Problem. Wichtig ist, dass wir im nächsten Monat jetzt den Übergang hier bekommen. Und dann kann ich euch auch zeigen, was ich mit dem Lager meinte. Ansonsten müssen wir eventuell noch zwei Monate warten. Aber ich denke nicht, dass wir 80 an Steuern zusammenkriegen. So, und einmal auflösen. Wir brauchen die Truppen dafür. So, gut. Also das Thema haben wir. Wir haben jetzt knappe 400 in der Schatzkammer. Und da kommen unsere Leute wieder. Wir haben zwei Familien. Jetzt können wir da schon mal erstmal in Ruhe weitermachen. Und uns hier um weitere Häuser kümmern. Und da habe ich überlegt, dass wir nicht nur hier weitermachen. Sondern ich würde gerne noch hier vorne ein Haus bauen. So. Ich finde diese Ecke hier hinten auch wunderschön. So einen schönen geschwungenen Garten vielleicht oder so. Toll. Ja. Das werden wir einmal da einstellen. Bis nach da. Bis nach da. Und hier gehen jetzt zwei Häuser rein. Ich möchte... Eigentlich will ich nur... Ich will nicht zwei... Ich will eigentlich nur... Also ich will nicht vier, nicht drei. Ich will zwei haben. Oder sogar nur einen. Nee, wir machen hier zwei Häuser. So. Die Laufwege sind jetzt natürlich ein bisschen weiter. Das ist übrigens auch immer ein Problem. mit dem Thema Marktplatz. Was wir machen könnten, wäre übrigens hier hinten noch einen Marktplatz errichten. Das war ein Thema... Das war ein Vorschlag von euch. Oder woanders hier hinten zum Beispiel. Oder meinetwegen auch ganz woanders. Das werde ich nochmal testen. Und dann sollten wir das auf jeden Fall auch machen. noch einen zweiten Marktplatz errichten. Das ist in meinen Augen auch das Problem, warum die hier nichts kriegen. Die Familie ist jetzt auseinandergerissen. Ja. Die planieren dort irgendwo... Also die planieren hier irgendwo Gelände. Die sind... Keine Ahnung... ... unterwegs. Und dann sind die die Hälfte der Stände leer. Weil wir die hier rausgerissen haben. Aus der Brennholz... Na ja, jetzt stehen sie wieder da. Und das ist der Grund, warum die hier jetzt leider nichts haben. Und der jetzt zum Beispiel auch keinen Brennstoff hat, obwohl es da ist. Also das ist tatsächlich auch immer ein Problem. Aber da hat ihr auch schon öfter in die Kommentare geschrieben. Marktplatzmechanik ist vielleicht noch nicht die optimalste im Spiel. So, glaube ich, kann man das ganz gut ausdrücken. So. Dann machen wir mal weiter. Können sie jetzt erstmal die Häuser bauen. Ja, ansonsten Hofstätten zwei haben wir. Wir können mal schauen, ob wir ein Bier haben. Oder ob irgendein Haus die in Tavernen... ...pirk hat. Ah, uns fehlt auch ein zweites Lebensmittel gerade. Da müssen wir noch... Da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann wird es wohl mit der Kleinstadt tatsächlich nichts. Aber ist auch nicht schlimm. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal mehr Leute. Und dann müssen wir mit den zwei Leuten... Jetzt müssen wir mal überlegen. Mit den zwei Familien sollten wir die Eisenproduktion anschmeißen. Die ist aktiviert. Genau. Wie viel Eisen haben wir auf Lager? Wir haben auf Lager 31. Gut. Dann werden wir den Brennofen aktivieren. Nein. Den Rennen, nicht den Brennen. Den Rennofen aktivieren, um uns damit Eisen zu machen. Und dann werden wir die Schmiede aktivieren, um uns damit Speere zu machen. Da wohnt aktuell eine Familie drin. Und das Gebäude hier, das hätte ich gerne aufgerüstet, muss ich sagen. Das hätte ich gerne auf Stufe 3, damit wir mit zwei Familien diese Dinger bohren. Das geht mittlerweile ganz gut. Und da müssen wir auch vorsorgen. Da sind wir jetzt bei 41 Bretter. Das heißt, da können wir ungefähr 20 Schilde mitmachen. Das ist ein bisschen wenig. Deswegen würde ich gerne dort in der Steinkirche... Ich hoffe, die haben jetzt alle bestattet. Glocke. Können wir jetzt einen rausziehen und mal gucken, dass wir... Dort ist einer drin. Wir haben 19 Bauholz. Wir werden mal dort ein mehr reinpacken. In die Sägegrube. Und da müssen wir jetzt erstmal anfangen zu sägen. Und dann werden wir auch ihn deaktivieren. Und er kann weitere Schilde bauen. So, das ist Maßnahme Nummer 2 für die Armee. Unter anderem auch deswegen. Jetzt nochmal gucken. Wir sind immer noch im Dezember. Sehr unbefriedigt. So. Und dann werden wir Maßnahme Nummer 2. Neue Einheit erstellen. Bitte eine Sperrkämpfereinheit. Und dann seht ihr, wir sind nur vom Cap hier oben der Leute ein bisschen entfernt. Wir haben sogar schon ein paar Schilde, aber noch ganz wenig Sperre. Also da sind aktuell noch zu wenig Leute drin. Und die werden wir jetzt erstmal aufrüsten, die beiden hier. Dass wir dort auf maximale Effizienz kommen und unsere Leute hier mal ausstatten. Gut. Ja, wir haben zufrieden als Verlust erlitten. Ja, klar. Ja, da ist es. 432. Das kann man so nicht lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Also auf Grundsteuer wieder runter auf 5. Das ist zu wenig. 50. Na, Moment. Das war eine 0 zu viel. Auf 5 bitte. 60% heiß. Es zieht noch einer ein. Viel weniger können wir damit nicht machen. So. Also. Jetzt sind wir bei 1000. Und das bedeutet, der hier. Na? Ich komme nicht mehr raus. So, entschuldige bitte. Ich hatte tatsächlich einen ganz komischen Bug. Ich bin nicht mehr in dieses Fenster gekommen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich habe einmal das Spiel komplett schließen müssen. Aber jetzt funktioniert. So. Und wie ihr das jetzt macht. Einfluss habe ich euch gezeigt, wer da jetzt rankommt. Und da gehen wir jetzt hin und holen uns Immenreuth. Das letzte hier unten. Mit Einfluss beanspruchen. Ja. Und das wird jetzt zu unserem werden. So. Das lassen wir durchlaufen. Und in der Zeit kümmern wir uns um unsere Leute. Und schauen mal, ob irgendwo noch ein Banditencamp ist. Denn wir bräuchten tatsächlich. Jetzt kommt. Also wenn du mal einen Bandit brauchst, ne? Dann kommt keiner. Das ist unglaublich. Es ist echt. Nee, egal. Es ist, wie es ist. Dann könnten wir uns nämlich noch ein bisschen Geld besorgen. So. Dann gehen wir einmal hier oben schauen. Ins Herrenhäuslein. Dü-dü. Banditen. Hahaha. Jawohl. Ja. Wo ist es? Das müssen wir sogar abräumen, ne? Ich habe mich doch. Das ist ja der Hammer. Das müssen wir sogar. Das sind 2, 4, 6. Das sind 2, 4. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, die Leute, die müssen wir sogar abräumen. Ich glaube es nicht. Ja, dann müssen wir tatsächlich, bevor wir unsere kleine Stadt gründen, vielleicht sogar noch ein bisschen warten. Ansonsten ist das ein Problem. Was machst du jetzt? Der will jetzt nicht ernsthaft sich auch dieses, das Ding holen, oder? Das Banditenlager. Muss mal auf Event. Versuchen mal, dem zuvor zu kommen. Das, äh, das gefällt mir nicht. Aber wir sind noch nicht genug Leute. Ähm, wir haben noch ein bisschen Produktion, Produktion, Zeit. Aber die Schmiede, ah! Die Schmiede ist noch nicht auf Stufe 3. Wir brauchen die Schmiede auf Stufe 2 mit einer weiteren Familie drin. Wie sieht es mit dem Rennofen aus? Wir haben 4 Barren. Das läuft. Haben wir genug Bretter? Genug Bretter haben wir auch. Das Einzige, was wir machen könnten, ist hier eventuell noch einen größeren, noch eine weitere Person reinpacken. Aber das macht jetzt auch keinen großen Sinn. Im Lagerhaus ist alles voll. Ja, jetzt sagt er hier schon, ich will ein Bier. Ja. Bier gibt es jetzt nicht. So. Wo ist einer hingekommen? Da unten. Da gibt es jetzt wenigstens Brennholz. Ihr seht es da. Na, hier immer noch nicht. Aber da wohnt wahrscheinlich auch noch keiner. Doch, zwei Familien. Und die haben beide keine Zeit? Respekt. Na gut. Es ist, wie es ist. Das sind Situationen, an denen können wir jetzt im Moment nichts ändern. So. Was wir machen werden, ist einmal die Armee des Herrschers hier uns angucken. Wo er hinzieht. Er zieht straight forward in die Richtung. Er geht wirklich da unten hin. Direkte Linie da unten hin. Ja. Wir müssen dem zuvor kommen. Aber wir müssen, wir müssen zusehen, dass wir genügend Truppen haben. 19, 18 ist mir noch zu wenig. Gucken wir mal, wie viel wir dann noch produzieren werden. An Materialien. Das ist jetzt wirklich eine kritische Folge. Denn wir müssen zusehen, dass wir das A beanspruchen. Und B diesen Banditen da weg, äh, weg, weg, äh, bringen. Und wenn wir das nicht beanspruchen und wenn er uns jetzt diesen Anspruch streitig macht, ähm, dann haben wir ein echtes Problem mit Immenreuth. Wenn wir das nicht kriegen, dann, äh, dann, äh, dann gibt's hier, dann gibt's hier wirklich, dann gibt's hier, dann gibt's hier Krieg. Noch nicht jetzt, aber demnächst. So, apropos, ne, Moment, wir können ja mal gucken, wie wir diesen Krieg jetzt schon führen könnten. Wir haben ja 400... Ne, okay, vergess it. Vergess it. Forget it. Das funktioniert nicht. Ankunft wäre in Söhne. Das kann man schon weitermachen hier. Zumindest, was ist das denn? Ankunft für den Goldhof. Was hab ich denn... Ach, die abtrünnigen Söhne. Und die würden in Goldhof ankommen, hier hinten. Okay, das wird ja passen. So, äh, die Truppen sind noch unterwegs, aber sie sind noch ein bisschen entfernt. Wir machen hier so mal ein bisschen ran. Wir müssen die maximale Truppenanzahl von uns schaffen. Wo will er denn hin? Da wahrscheinlich effektiv 106%. Egal, wir müssen, wir müssen jetzt die Truppen sammeln, das geht nicht. Wir müssen unsere Truppen sammeln. 21 stehen auf der Uhr. Wir nehmen alle mit und sammeln sie. Jetzt mal gucken. Am besten ist es, wenn wir sie da sammeln. Auf geht's, Leute. Ja, das ist jetzt wichtig. Oh Gott, was sie alles transportiert haben gerade. Nein, ein Bier. Ein Bier. Das ist jetzt aber nicht das Bier gewesen, was uns befähigt, die Schmiede abzudaten. Oh, nein. Wieso nicht? Willst du mich veräppeln? Es sind alle erfüllt. Farsch mich doch jetzt. Da war doch gerade, das Ding war doch gerade aus. Oh. Boah. Bläh. Weil er das Bier fallen lassen hat. Ah. Egal. Ja, jetzt kümmern wir uns tatsächlich an. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt... Ich... So. Also, ihr Lieben. Auf geht's. Sammelt euch. Und dann dahin. Ja. So, das ist Immenreuth. Sehr gut. Du kannst gleich wieder abziehen da vorne. Hier, das wird mein Lager werden. Das hole ich mir. Da kannst du aber einen drauf lassen. So, wie sieht es jetzt aus? Sind die schon im Anmarsch? Effektivität 28%. Ja, wir müssen uns hier vorne mal... ...werden uns da vorne mal ausruhen. Wo sind die anderen Truppen? Da hinten. So, ein bisschen schneller. Ich bin gespannt, was der will, ne? So. Jetzt kommt er schon hier angelaufen. Jetzt können wir uns ein bisschen ausruhen und... ...wieder ein bisschen Kraft tanken. Das ist ganz gut. Müdigkeit. Ihr seht, es geht wieder hoch. Ja. Unser Sprint und Run ist vorbei. Und dann lassen wir ihn jetzt mal kommen. Und werden hier Standhaftigkeit... ...und eine Verteidigungsstellung einnehmen. Und dann gucken wir mal. So mal, wir müssen halt nur zusehen, dass wir schneller sind als er. Damit er die Truppen nicht bekommt. So, pass auf. Du wirst das mal noch so machen. Du gehst da unten lang. Und versuchst, diese Schlacht mal zu umrunden. Ne, das müsste reichen, wenn wir da lang gehen. Und die fünf holen sich jetzt da hinten das Lager, während wir hier vorne die Truppen vernichten. Ah, ihr geht dran vorbei. Ja, ja, komm. Was haben wir? 64 Prozent. Effektivität 61. 100. Passt. Und Angriff. Ja. So. Wunderbar. Und ihr geht auf direkten Wege ins Lager. So, und... Ja! Sehr gut! So, und jetzt gehen wir dahin. Holen uns das Banditenlager. Hahaha! Ich war schneller! Sieh zu, dass du Land gewinnst. Isolde. Und da ist es. So, das Geld bitte zu mir. Und damit haben wir 595. Wunderbar. Ah, also alle Truppen zurück bitte. Alle dahin. Das können wir jetzt in Ruhe weiterlaufen lassen. Und dann ist das wichtigste Ziel, dann ist das wichtigste Ziel für heute erreicht, dass wir diese Region claimen und 500 haben. So, und jetzt erzähle ich euch auch, warum wir diese 500 brauchen und warum das wichtig ist. Also, ihr könnt hier unten ins Baumenü gehen und dann seht ihr bei... Oh Gott, ich glaube, Verwaltung war es. Hier vorne das Siedlerlager. Jetzt seht ihr, es kostet 250 Euro, ne? Was jetzt seht ihr da? Aber wenn ihr da drauf klickt und das platzieren wollt, wir suchen uns erstmal den Moment aus, wo wir platzieren wollen. Ich würde es gerne hier in dieser Gabelung platzieren, ungefähr mittig rein. Dann haben wir einen Laufweg hier hinten zu den Tieren, können hier einen Jäger platzieren und einen Laufweg dort hinten zu den Leuten. Wir werden hier das Lager hinstellen, die entsprechenden Produktionsbetriebe und können dann hier unten so diese Stadt aufbauen, sodass wir hier so einen zentralen Korpus haben und dann hier die Stadt im Prinzip so ein bisschen rumbauen und vielleicht hier hinten noch einen zweiten Teil machen, dass wir hier, dass wir einen zentralen Warenproduktionskern hier in der Mitte haben. Die Waren kommen so sternförmig hier rein. Hier gibt es einen kleinen Stadtkern, hier gibt es einen kleinen Stadtkern. Da werden wir das auch mal mit den zwei Marktständen ausprobieren. Jeweils hier einmal so ein bisschen rundlich verteilt rumrum und einmal da hinten und die beiden holen sich dann jeweils an dem Punkt ihre Waren. So ist die Grundidee dahinter und deswegen möchte ich den ungefähr so ganz grob hier platzieren. Wenn wir das jetzt hier bauen, dann sehen wir, wir haben nicht nur die Möglichkeit, es bescheiden zu machen, sondern auch durchschnittlich. Das heißt, wir haben 40 Brot, wir haben 40 Brennholz und da ist jetzt wieder das gleiche Problem. Wir können natürlich jetzt auch noch warten, na klar, aber am Ende des Tages wird es auch da noch mal irgendwann Regen und Schnee geben. Wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt keinen Schnee bekommen. Wir werden jetzt als erstes anfangen, das Lagerhaus zu bauen, damit wir dort das entsprechende bekommen. Und wir haben auch halt einfach mehr Material. Wie gesagt, Werkzeuge bringen aktuell nichts, aber mehr Brennholz und Brot, das ist schon mal eine Menge und dann würde ich sagen, auf geht's. Das ist Immenreuth, unsere neueste Siedlung. und da hatten wir ja gesagt, wollten wir von Anfang an da eine Straße bauen. So, machen wir das von hier aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, trotz der Bäume, ihr Lieben. Einmal da hin. So, jetzt werden wir hier vorne hin. Jetzt ist tatsächlich auch wieder wichtig, dass wir schnell sind, damit wir das Essen nicht verlieren. Etwas machen. So, wir haben jetzt 16 Holz auf Lager. Wir brauchen zwei Holz als Reserve wieder. Also auch da ein bisschen nachzählen, aber das ist kein großes Problem. Wir fangen auch hier mit einem Speicher und dem Lagerhaus an. Dann sind wir nur bei vier. Dann hätten wir noch zwölf übrig. Also das ist auch kein Thema. Die werden wir beide einmal da hinsetzen. Und einmal, das setzen wir ein bisschen an den Rand, soweit es geht. Einmal da hin. Das Lagerhaus. Den Speicher werden wir auf die höchste Priorität setzen. Und das auf eine Priorität höher. So, und dann können sie jetzt hier weiter bauen. Danach werden wir erst mal das Zelt umbauen, sodass das quasi ein festes Zelt ist. Dann ist auch das Thema Obdachlosigkeit hier erst mal kein Problem in Immenreuth. Aber da werden wir dann weitermachen mit der zweiten Siedlung. So, jetzt können unsere Truppen hier durch den Schnee wieder zurückklappen. Dann haben wir unsere neuen Siedler gleich mal die stolzen Krieger von Nördheim gesehen. Das ist ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal eine gute Sache. Und, tja. Dann werden wir hier vorne jetzt Immenreuth aufbauen. Unsere zweite Siedlung. und unsere Truppe aufbauen, um hier unseren Gegner hier rauszulocken. Und wir haben Gott sei Dank hier vorne eine stabile Produktion an Materialien. Wir haben hier Gott sei Dank das Lehm vorkommen, das selbstverständlich leer ist. Easy, kein Problem. Wir haben hier große Tiere. Also Immenreuth und Nördheim zusammen. Schon mal eine geile Kombination. Allerdings gehen uns bei beiden die Steine aus. Ist aktuell auch kein Problem. Es gibt keine Stadtmauern oder sowas. Ist von daher alles kein Thema. Wenn es das irgendwann mal geben sollte, wenn dieses Display noch läuft, hätten wir zumindest das Feldsteinvorkommen hier an der Seite. Ich würde aber trotzdem gerne erst Waldbrandtüme uns holen, dass wir hier die Sachen fertig haben. So. Und dann werden wir das zumindest noch mal ein bisschen schneller machen. Hier drüben sollte es eigentlich passen. Wir haben genug Brennholz. Genau. Das sollte passen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir das Haus hier trotzdem mal updaten können. Also jetzt mal echt, ist das ein Bug gerade oder nicht? Ich hoffe, mein Savegame ist hier nicht kaputt. Das ist echt... Das hatte ich echt noch nie. Jetzt ist er wieder weg. Das muss wirklich so auf der Kippe sein. Von den Spielmechaniken her. Na gut. Es ist, wie es ist. Da auch. Oder liegt das eventuell am Essen? Ja, wahrscheinlich hat er doch nicht alle erfüllt. Nun denn. Können wir es nicht ändern. Wann sind unsere Tiere wieder reif? Die sollten auch bald reif sein. Jetzt gucken wir mal hier hin. Die ziehen jetzt hoffentlich ab, ne? Genau. Die können hier eh nichts mehr tun. So. Dann bleiben wir mal bei unseren Nachrichten. Gucken wir die mal kurz durch. Nerdtime ist der Lebensmittelstand fertig. Das ist wahrscheinlich der zusätzliche... Ja, genau. Die zusätzliche Person, die da drin ist. Gut. Also, wie sieht es aus mit Eisen? Wir haben elf Schuhe. Wir haben fünf Leder. 28 Eisenbarren. Ja, das reicht erst mal. Wir haben sogar insgesamt... Haben wir sogar 29 Eisenbarren. Okay. Speicher ist fertig. Sehr gut. Bitte ganz schnell zwei Familien rein. Obwohl... Ja, kommt zwei Familien. Und die anderen drei kümmern sich jetzt um das Gebäude dort. Dass wir jetzt erst mal den ganzen Rest da reinkriegen. Und wenn wir hier das Lagerhaus fertig haben, dann sind wir erst mal safe. Dann können wir gleich mal das hier angehen, dass die Leute ein Dach haben. Und dann sind wir hier mit 40 Brot gesegnet. Und dann sollte das erst mal passen. Hier vorne haben wir ein großes... Ja, ich weiß. Jetzt ist mir egal, ob du dir... Wir sind gerade eingezogen, meine Güte. So. Einmal auflösen. Wenn wir nur zusehen, dass wir unsere Truppen hier rüberkriegen. Wir brauchen unbedingt die 40 Leute. Immerhin sind die gerade... Naja, knapp 30% unserer Arbeitskraft flöten gegangen. Also das ist voll unschön. Und... Einmal auflösen, bitte. Sehr gut. Die stolzen Truppen kehren heim, ihr Lieben. Begrüßt sie bitte mit einem schallenden Applaus, wenn sie da sind und die Region für uns endlich in Anspruch genommen haben. Sehr, sehr gut. So, wir gucken immer hier kurz hin. Nahrung wird gerade ein bisschen knapp. Sollte aber noch passen. Brennstoff 12 Monate. Okay. Wir haben genug Geld. Ja, wenn wir genug Geld haben, ganz ehrlich. Dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir die Gersten... Den Gersten-Einkauf... Jetzt mal Lagerhaus fertig. Entschuldigt, da müssen wir auf Pause machen. Dass wir den Einkauf hier mal ein bisschen... Ah, vielleicht sollten wir auch mal ein paar Bretter verkaufen, nicht immer nur Eisenerz. Denn irgendwann ist das auch nichts mehr wert. Weltweit ist über Angebot. Preise niedriger als gewöhnlich. Pass mal auf, wir werden nochmal... Wir lassen das mal drin. Sollten jetzt aber... Die Bretter hier mit 21 uns nochmal holen. Export auf 10 bitte. So, dann haben wir hier kein Überangebot und dann sollte das hier auch passen. Gut. Also, haben wir das auch. Wunderbar. Dann haben wir da zumindestens auch... Ein paar Verkäufe drin. Hier vorne das Eisenerz. Ja, wir haben so ein Überangebot, die können wir auch erstmal rausziehen, die Leute. Dann sind wir jetzt bei vier Familien. Und da würde ich tatsächlich die Familien hier reinsetzen. Dass wir gleich... Sobald es Frühling wird... Das ist noch nicht jetzt, das ist dann... Im März. Dass wir dann dort genügend Leute haben. Und dann können wir... Im Forsthaus arbeiten die Leute. Im Holzfäller arbeiten die Leute. Ja. Die beiden restlichen lassen wir uns für sonstige Bauvorhaben. So. Das ist gut. Jetzt gucken wir mal... Ob wir hier in Immenreuth... Ja, wir... Aha, hier gibt es Leichen. Das ist doof, ey. Ich hoffe, wir kommen ja auf die 50 Prozent, damit die hier wachsen. Ähm... Die brauchen halt Leichen. Oder was kostet denn so eine Leichengrube? Okay, der hat keine Baukosten. Die sollte man dann wahrscheinlich bauen. Aber jetzt werden wir erstmal... Hier sind 38 Brot drin. Sehr schön. Ein raus. Dann zwei da rein. Und dann werden wir jetzt als letzte Aktion den nächsten Bau starten. Dann... Einmal... Dahin. Bitte... Einen Jäger. Gut. Dann sollten wir anfangen, hier ein bisschen Fleisch zu produzieren in Immenreuth. Und dann sind wir bei unserer zweiten Siedlung angekommen. Hier. Ich freue mich, denn wir brauchen diese Leute wirklich ganz dringend hier bei uns. Damit wir mehr Armeen haben, um den Gegner zu besiegen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.